und damit willkommen zurück meine freunde zu kiobi und das vergessene land und wir begeben uns zu unserem nächsten level stromschnellen wasserwert rette die versteckten waldemis ich muss mal gucken ob irgendwo eine wende ist oder so dass wir uns das verpassen was kannst du auch springen und fliedigen ich habe meine attacke verloren dann sammelt hinein warte wo du reingehst dass wir hier klopfen und hier vielleicht im schrank was das ist das ist drei konserven wo bleibst du denn schon wieder hin erst mal hinten gucken nichts nicht was geht wo 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 ich kann ja auch noch mal ein paar sachen wo riechst du schon wieder zu weit hin zurück ja was soll uns hier was bringen es sind auch mal da drauf wäre das jungen und da ist auch noch ein eingang hast du dir das gerade gemerkt nee rechts links bitte goz 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 Ja, die Treppen braucht man doch bestimmt für irgendetwas oder? Die andere auch, oder nicht? Geht nicht. Kannst du dich wieder andersrum bringen? Oha. Ne. Das bringt nichts. Mit dem goldenen Fisch. Mit dem goldenen Fisch. Ja komm. Wohin denn? Ja raus. Kommst du nicht noch rüber? Ich muss mal hier testen. Ah, ich weiß nicht. Hast du was gemacht? Ja, du hast ihn aufgebaut. Nein. Mann. Verwechsel dich noch. Ja, wir machen Löschwetter jetzt. Ohne Wasser. Steck mal raus. Ist das da? Ja, dann. Was machst du? Da ist alles. Ja. Au. 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 Ja. Ach, hier sind zwei. Bleib mal da. Ach so, du hast mich wieder hochgebohrt. Das ist wieder hinten. Nee. Wie dann? Da hinten ist doch eine Treppe, komm. Ich schau rein. Ach so. 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 Wir retten dich. Warte. Hm? Ach nee, das war alles okay. Ach nee, das war alles okay. Hui. Oh nee. Ich bin ich damit voll stoppen? Ja. Da ist's. Ich weiß nicht, da war doch nicht irgendwas noch, oder? Da ist's hier. Da ist's hoch. Da drauf geht nicht. Ach so. Nee. Wie kriegst du? Ich kann auf Wasser laufen. Guck. Hätt's doch nicht mal wieder so. Guck, ich kann auf Wasser laufen. Ich fahr immer strudeln rum. Zzzzzzzz. Hm, ja und jetzt? Ah, dann. Oh. Oh. Ich hör einen, da oben. Wie war's denn? Wie war's denn? Wie war denn die? Da. Das ist andem sound, weil die machen immer... Komm aber nicht da dran. Die machen dann immer so ein Wattel-D-Sound. Wattel, Wattel-D. 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 Da rechts. Wattel-D wir retten dich. Wattel-D wir retten dich. Wattel-D wir retten dich. Alle fünf Waddel, die ist negativ. Guck mal, du hast einen Schwimmenbring, ich nicht. Der Eiskunstlaufer. Aber wo... Hey, da hinten ist noch was. Ich hoffe, da ist die dritte Sardine. Hey, die dritte Sardine haben wir schon. Ich? Weil ich mich erinnere schon. Da waren wir. Wurde! Ah Gott. Gewinne den Kampf ohne ins Wasser zu fallen. Welchen Kampf? Ein Kampf. Wo ich die ganze Zeit im Wasser war. Ich habe gar nicht. Doch, haben wir. Haben wir. Doch, haben wir. Gegen was denn? Da kam doch gar kein Boss. Aber kein Boss, sondern kleine Gegner. Das ist der Kampf gewesen. Tschüssi! Endboss, 19 Stück brauchen wir dafür. Tropische Terror. Eng! Wollen wir erst mal meine Dings upgraden? Nö, brauchen wir nicht. Können wir später machen. Oder? Ja. Okay. Denk mir nicht, dass das hier so lange dauert. Das Level, oder? Nö, Nö. Rostle sind immer... ...bisschen... ...kürzer. Kann. Muss aber nicht, oder? Bitte den da, oder? Oh, du musst ein bisschen mit, was du besser spielen kannst. Nö, das ist gut. Ein Lava, aber. Nö, schon fertig. Nö. Nö. Bitte nicht noch ein Abo. Oh, ein Baum. Wut, wedeln, droppig. Wut. Okay. Zack, 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 zack. Oh, natürlich. Easy play, easy play. Einfach nur Damage. Hatte null Chance. Alter, ja, 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 ja. Wie's los? Hä? Oha. 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 Keine Chance, mein Freund. Keine Chance. Ich mach dich direkt kaputt hier. Oha, was ist das denn? Hä? Hat der das denn hier gebastelt? Ui. Okay, er hat das dann gebastelt. Mir egal. Dann komm ich halt eben von hier. Hau dich. Nö, nö, nö. Wer macht ihm das Feuer? Ja, du. Ich. Ist das ne Ananas? Sieht das wie ne Ananas? Juhu! Oh! Oh, mein Clubhauer. Ketlan Decker. Entleckt die Asse. Innerhalb zwei Minuten, natürlich. Zerstöre die Wurzeln? Oh. Hm? Wat doe je zo bekend? Da. Wo? Da war iemand. Nojo. Ja, ja. Ja. Ja, da, kijk. Hm. Wie du fehlende Blaupausen finden kannst du bereits noch viel mehr. Mhm. Haben wir schon Serie 2? Nein. Hm. Hallo. Wie geht's dir? Man nennt mich den Bordel, die Gelehrten. Kurz nach meiner Ankunft bin ich über dieses mysteriöse Buch hier gestolpert. Das enthält sämtliche Fundorte unentdeckter Blaupausen. Außerdem werden darin wie aus Geisterhand Highscores und noch viele andere Informationen aus aller Welt verzeichnet. Dir ist bisher keine einzige Blaupause entgangen. Sollte ich vom Aufenthaltsort einer neuen Blaupause erfahren, helfe ich dir gern dabei sie aufzuspüren. Kaum zu glauben, aber das beliebteste Item in Wurdee-Café ist eine Maxi-Tomate. Es wurde insgesamt 2.028.044 Mal bestellt. Was? Die Anzahl an Bonusblumen, die du zum Blumen gebracht hast, beträgt 108 und weltweit sind bis dato 172.769.135 Bonusblumen beblüht. Möchtest du noch mehr erfahren? Zuhören. Die heute wohl angesagteste Spezialpower ist Vulkanfeuer. Und zwar weltweit. Der wöchentliche Weltwetterer-Rekord für den Teamjob leicht beträgt 5.660 Punkte. Es wurden insgesamt 52 Borderlies bezahlt. Das schaffen wir doch, oder? Ja. Du hast bisher ein 8-Bundes gerettet, in der Gesamtheit weiter gerettet, oder? Ja, mach mal, oder? Möchtest du noch mehr erfahren? Ja, mach mal. Also, mal sehen. Der Weltwetterer-Rekord für den Topic-Burz mit der Power normal liegt bei 6 Sekunden. Aha. Weiter. Ich hab keine Lust, das alles zu lesen. Ja, mach weiter. Irgendwann musst du doch mal fertig sein, oder? Hä? Weiter. Oh! Ich sag's doch, es gibt doch wenigstens was. Ui! Oha! Wadeli Glätter! So. Ne, hier. Ah! Da, ich mach mal deine Power. Oha! Ich mach mal deine Power. Oha! 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 Wadeli Glätter! So. Ne, hier. Ne, hier. Da, hier. Da, hier. Oha! Ne, hier. Oha! Oha! what the hell! haben wir nicht mehr genug immer gucken wie stark ist mit ein schuss also machen wir gar nichts ja also so jetzt gehen wir zum dingens zu den temporalen rissen zu den wissen auf der weltkarte eine rennstrecke Ah ne, ein Zirkus. Cool. Okay. Willkommen in Bundaria. Kannst du dich mal um nachsuchen? Oh, wie viel sind denn hier? Ist doch nicht da. Da oben weiter. Ja, musst du mal suchen die Gegend. Haben wir. Aber wir haben. Gib her. So wie du suchst. Du musst auch schon Einzelne Dinger hier absuchen. Das haben wir schon. Mehr gibt es hier nicht. Guck mal, wie viel das sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, sieben Stück. Subi. Die können wir im nächsten Video machen. Dann machen wir hier erstmal Schluss. Und im nächsten Video machen wir dann hier diese Risse. Und machen dann natürlich wahrscheinlich das nächste Level. Weil die Risse werden ja nicht lange dauern. Gut, dann war's das mit dem Video. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin auf Wiedersehen. Bye. Bye.